Aber wie gesagt, man sieht ja die Stachen hier, ganz lang, und das wird benutzt manchmal, wenn einer ganz nahe kommt, versuchen auch zu, und die rollen sich auch, wenn einer jetzt hier ganz so nahe kommt, die rollen sich wie eine ganz große Stachel, wie eine Egel. Ja, ich bin nicht, es ist mehr pricklierer als ein Hedgehog. Omi, look how pricklier diese Porcupine sind. Wenn du dann, dann geht's, dann geht's. Das sind Porcupine. Die sind mehr spikier als Hedgehog. Was ist das? Hedgehogs sind die Porcupine. No, ich sage das.